Ach, ich tue ja gar nicht mit Wraps aufnehmen, ich weiß also nicht mal, ob der Endgame Sound überhaupt aufgenommen wird. Ich hoffe, dass er aufgenommen wird, weil sonst wäre es ganz großes Scheiße. Da ich sonst viel mehr reden müsste. Bzzu! Einmal voll durch die Tür gehauen! Gleich zu nem Polizisten, war toll. Ich frag mich, ob ich heute noch alles schaffe, aber wie es aussieht schon, ich hab ja genügend Zeit. Ach, ist er schon viertel neun? Und wir haben jetzt zur zweiten Tür geschaut, ah ne, zur ersten. Zur zweiten Tür. Schon wär's. Wir fehlen uns doch um die 100, ah, 122. Und schon haben wir das Geld zusammen. JoB! Gah, ahem! Das war's für heute. Oh, ich trinke mal kurz was. Aber da... Ich hatte gerade den Peperoni und hab verpasst. Sie zu benutzen. Na toll. Aber mit Leichtigkeit zur Tür geschafft. Wann muss man? Wäre jetzt nicht schlecht. Okay. Sweet Impact! Ach, das sieht ja gar nicht mal so geil aus wie bei dem zweiten Teil. Bin ich jetzt richtig enttäuscht. Im zweiten Teil sieht der Sweet Impact richtig geil aus. Und da hältst ich auch noch Schluck auf. Rakete, Rakete. Ja, wo ist denn meine Rakete? Äh, ja. Ich hatte noch einen Dollar. Schön. Sweet Impact! Scheiße. Jetzt hab ich nicht schnell genug reagiert. Oh. Oh. Und Bombe! Scheiße. Und auf die... Ach ja, wie immer. Ach ja, falls ihr euch fragt, warum das ja ab und zu mal kleiner wird, das, wenn ich mit der Maus über den Rand komme. Weil ich hab Firefox im Vollbildmodus. Tja, wenn ich da nicht mal ran komme, wird das halt verkleinert, so. Das passiert mir halt manchmal, wenn ich meine im Aussuche und wo ist die jetzt schon... Hier. Mist. Jetzt hab ich jetzt total verkrackt, deswegen. Naja, egal. Ach ja, zum Glück guckt ja eh niemand Let's Plays von mir. Ich wollte mir ja keine Sorgen machen. So, ich mach jetzt immer meinen Knick aus, wenn ich husten muss. Hätte ich vielleicht früher schon machen sollen. Hab halt nicht dran gedacht. Mist. Und ich vergesse es dann nicht, wieder anzumachen. Und auf die Bombe, auf die Bombe. Oh, da finde ich auf die Rakete. Da. Ach ja, wir sind hier gerade ziemlich weit in der zweiten Welt. Kann man das Wett nennen? Ah, ich sag einfach mal Welt. Also wir sind jetzt sozusagen in der Innenstadt. Und wieder auf die Polizei. Yeah, yeah, yeah. See, see, Muckis. Und bam. Fuhren seine Fresse. Ach, schon wieder rechtsklicken. Oh, die Rakete habe ich jetzt richtig versaut. Höre, höre, höre. Und Sweet Impact wäre jetzt nicht schlecht. Na, schaffen wir jetzt diesmal. Dritte Welt? Oh, what the fuck? Wird gerade fragen, ob wir jetzt vielleicht diesmal zur... ...dessen Tür schaffen, aber dass wir sogar durchbrechen. 12.000, 15.000, 10.000. Mal zuerst das. Huh, ich nehme jetzt gleich seit 50 Minuten auf. Also seit knapp 50 Minuten. Glaub' ich zumindest. Hm. Und ich bin weiter als gedacht. Aber heute werde ich es auf keinen Fall mehr hochladen. Und BÄM! Mal kurz mit dem Polizisten beschlägert und weiter geht's. Ach, ich habe ja noch keine 15.000. Erstmal das Gold, das Gold ist am wichtigsten. Und BÄM! So, schon 500 Grad verdient. 600. Ist ja klasse. Und schon wieder Rechtsklick. Immer mehr Gold, immer, 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 immer mehr Gold. Dieser dumme Polizist hat uns aufgehalten. Wir sollten ihn beseitigen. Dumm, 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 dumm. Und nächste Runde. Da. der mag uns nicht wir haben das Geldteil verfehlen genauso wie die Rakete und los geht's und Rakete Sweet Impact ist mal zerbischt so ist echt gutes Spiel kann man nur weiterempfehlen zu spielen zumindest der zweite Teil ich muss zugeben der erste also der hier gerade langweilt mich sogar ein bisschen wenn ich so an den zweiten Teil denke will ich endlich aufhören mit dem ersten Teil und die zweiten spiel hier gibt es ja nicht mal grob top cops nein und noch höher auch Mann mit natürlich mit ein Poker auf die Rakete in Atoll super klasse war noch nicht genug ich bin durch diese Gummibären die nervt mich ich will sie essen so 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 Ah, schon wieder, schon wieder, scheiß Rechtsklick, macht nur Probleme. Ich glaube, ich sollte meine Raketen nicht so verschwenden, sondern immer nur zwei machen, wenn überhaupt. So ein oder zwei Raketen, dann wieder ansammeln. Ja, scheiß drauf. Schon über 3000 Gold, durch diese eine Runde, klasse. Oh klar, 100 Bullen erledigt, wuhu. Schon? Auf 55 Minuten und 27 Sekunden 100 Bullen erledigt, klasse. Na, schon wieder, Rechtsklick. Ja, ja, der gute alte Rechtsklick. Werner aus Muckis? Na, ist nix, das hier. Das hier andauernd angeschrieben wird und dir das jetzt auch noch sehen würde. Spack mit seinem Schiss anrufen. Den sollte man echt einsperren. Ach, Mist. Wie ein Rechtsklick. Da, ist Nix. Wie ein Rechtsklick, wird das hier. Da, ist Nix. Was auch immer das. Ich muss die Wichteool verstellungen, das ist Nix. Das ist Nix. Was auch immer das. Das ist Nix. Und mal weiter nach oben. Ist ja mal klasse. Diese Chilischote. Das war nicht so klasse. Als nächstes unser Gleitgel. Damit wir besser auf den Boden flutschen. Ja, natürlich zwei Kops hintereinander. Und dann haben wir ihn weggeschleudert. Puh. Puh. Hey, ich meine doch besser, die Rakete aktiviert. Ich dachte, ach, das geht schon, aber... Nein, ich war zu langsam. Puh. Wollte ich sie mir mal aufheben und dann verreg ich gleich. Puh. Ach ja, im zweiten Teil sieht er wirklich richtig geil aus. Ich weiß, wie schon geht es. Wer zerbäscht und zack und war auf den Bullen, war ja klar. Ach, das hat mir gefallen, da können ruhig mehr rumlaufen. Warum rennen hier so viele Cops rum? Ist ja richtig nervig. Da ist schon wieder ein Ei. Und noch einer. Natürlich, ich spring mit der Rakete auf ihn und der ist aber fest. Toll. Ich will das endlich auf Level 5 machen.